So, nachdem meine Playstation einfach die Server von dem Switch aufgegeben hat. Nach wie vor. Finde einen Weg um den Truck herum. Wo musst du denn hin, allgemein? Musst du doch rüber, oder? Zitze aus, ja. Das ballert automatisch auf dich, oder wie? Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Oh, scheiße! Ich mag dieses Auto nicht. Das macht niemand, welcher das Spiel spielt. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich teste nur. Oh, okay, es funktioniert jetzt doch. Okay, da geht's nicht mehr hoch. Oh, dieser Hunter Trucks jagt uns ein bisschen. Okay, hier gibt's nichts. Ich nehme dran, war ein bisschen was. Wow, was machst du da? Das war nix. Machst du irgendwas in der Mikrowelle? Nein. Weißt du, dein Päckchen ist hoffentlich und wir schlafen noch nicht. Scheiße! Du gehst noch an die Tür morgen. Später. Pillen im Bad. 35 Heiltempo. Ja, ich weiß nicht. So dringend ist das nicht, wie ich finde. Ja, ich weiß nicht. Ich spare lieber noch. Was kann ich denn bauen? Nichts gut, oder nicht? Hä? Soll ich da jetzt runterhüpfen oder was? Das geht gar nicht. Lol. Ah. Ich habe mich verloren. Es ist okay. Sie sehen uns nicht. Ah! 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 Schuss! Ah! John! Warte! Warte! John! Hör an! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay! Das sind nicht die Bösen! Nimm sie runter! Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das ist mir die Idee, dass er abnimmt. Die müssen weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. So. So, muss ich mich kippen. Jo. Oh. Loll, das hat es verbessert. Ja. Das mache ich so nebenbei, wenn du weg bist. Hä? Ich weiß nicht, ich komme von wegen zu später stunden. Vom Versanddienstleister? Nein, von Twitch. Loll. Ah ja, dass ich wieder online bin, genau. Rat mal, was eben passiert ist. Du bist vor dem Auto geflohen? Ja. Aber eben ist was Unerwartetes passiert. Was denn? Das typische Unerwartete in diesem Spiel. Was denn? Wir haben Henry und Sam getroffen. Genau. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Und du hast nur deine Töchter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, ähm... Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist dir eh. Naja, macht nur ein Messer. Okay. Gut. Solche Zimmer sind immer gut. Denn da bedeutet, dass man kann greifen ohne Ende. Schade nur, dass diese modifizierten Messer trotzdem bei einer Tür kaputt gehen. Ja, das ist echt böse. Ich habe nicht genug Klinge. Das gibt es noch nicht. Ich weiß schon, wenn hier noch ein Klingending wäre. Hier war ein Vogelfreund. Ne, hier ist auch schon sowas. Alli, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich... Tiefphase. Deep Face. Okay, das ist so ein typisches Jugendzimmer sozusagen. Ja. Hier mit so einem Transporter-mäßigen... Poster, genau. Ja, da war ich schon. Da war ich schon. Okay, die Wohnung habe ich abgeklappert. Wir kommen von oben. Ich frage mich auch immer, ob diese Menschen, die so gewohnt haben, die jetzt nach Leben oder auf die Klicker sind oder tot... Das kann man nicht... Sagen. Ach, die beiden sind das! Ich frage mich dann weg von den Fenstern! Es war zu geschafft. Ja, so ist das für Kinder vor allem eine blöde Sache. Shit. Alli, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich sehe in diesem Bereich noch. Schau dich da drüben um. Mir gefällt das nicht. Danke. So, wo ist das? Das sind scheinbar nur drei. Und da eine stand da eben nur so. Ich mag diese Runner-Esehaut. Das sind keine Runner. Das ist wieder Clicker oder was? Das ist ein Hunter. So. Ach, du bist ja immer noch in dieser Stadt. Ach, da kommt wieder später diese blöde Sache, die ich so kotzt finde. Ich dachte ja dann nur, wenn es soweit ist. Hm. Die werden durchbohrt. Was ist da nach einem Schusstod? Du bist schlecht, Alter. Ja, keine Ahnung genau. Na los. Hier auf den Truck. Fuck, der Pfeil ist kaputt. Das ist ein mieses Schwein. Verdammt. Jo, der ist gerade verschwunden, der Pfeil. Ja, klar. Meines kann ich glaube ich aufgemotzt. So, jetzt können wir mal versuchen zu pennen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir schon fast vertreten. Hm. Das ist natürlich fast fast fortgeschritten, meinst du? Ja. Heute morgen wird das streamen. Fuck, ich habe nichts zu werfen, außer dem Molo. Oh Gott, verdammt! Verdammt. Wow. Eindringling! Die sind Musik beim Zielen. Fuck you. Stell dich nicht so an, Joel. Du wurdest so ein bisschen angeschossen. Hä? Mach das nicht. Fuck, das fehlt dann auch. Scheiße, Joel. Super, ich kann noch eins herstellen. Naja, immerhin. Ja, immerhin. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Ich brauche den nicht mehr. Tog alle rein. Ich komme gleich. Komm hier, Dori. So. Wie alt bist du? Ich? Hallo, Ben. Wie alt bist du? Auch so? Oh, das wird sein. Beinah. Okay. Wirklich? Wir sind da. Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Und Joel hat schon das richtige Stichwort gesagt. Sich ausruhen gehen. Der, ganz kurz, da kann sich seit Tagen nicht mehr ausruhen, der arme Mann. Tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, in solchen Extremsituationen gewöhnt sich der Körper auch immer daran. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir speichern jetzt das Spiel. Ja. Wir können morgen weiterspielen. Durchaus. Gut, dann war es das für heute. Ja. Wie beruhigend. Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank.